Heute besuchen wir einen Skulpturenpark unter Wasser. Wir treffen den Magnum-Fotografen Patrick Zachmann, der gerade in Paris eine Ausstellung vorbereitet. Und wir hören, Musik kennt keine Grenzen. Doch zuerst in die Metropole der Woche. Zagreb. Vor dem Hauptbahnhof empfängt König Tomislav die Reisenden. Er war der erste König der Kroaten. Seit 25 Jahren ist Kroatien ein eigener Staat. Seit knapp drei Jahren Mitglied der EU. Zagreb. Hauptstadt mit wechselhafter Geschichte. Wie lebt sich die Gegenwart? Mit der Musikerin Sarah Renard schauen wir uns die Stadt erstmal von oben an. Wir sind hier auf dem Dach des Hauses, in dem ich im 18. Stockwerk wohne. Von hier aus sieht man ganz Zagreb. Wer hier steht, hat im Prinzip die ganze Stadt in seiner Hand. 800.000 Einwohner hat Zagreb. Sie leben im Schnitt von knapp 1000 Euro brutto. Bei den 18- bis 30-Jährigen liegt die Arbeitslosenquote bei 45 Prozent. Von Kultur, vom Musik machen, Leben? Schwierig. Aber was funktioniert, ist der Zusammenhalt. Die Musikszene in Zagreb ist extrem lebendig. Es passiert total viel. Was auch sehr wichtig ist zu wissen, die jüngeren Künstler sind untereinander gut vernetzt und helfen sich gegenseitig. Nicht in den offiziellen Strukturen, aber innerhalb der Underground-Szene. Das ist etwas sehr Schönes. Die Diplom-Architektin und Ex-Arbeitslose Sarah kann mittlerweile von ihrer Musik leben. Wenn man Kulturschaffende fragt, welcher Ort für sie besonders wichtig ist, sagen sie Medica. Eine alte Pharmafabrik, umfunktioniert in ein autonomes Kulturzentrum. Stipan und Andrea sind hier groß geworden. Stipan macht Bilder, Andrea schreibt Bücher und Texte über Stipans Kunst. Andreas neuestes Buch braucht ein Cover. Von Stipan natürlich. Das wird ein Buch über die Beziehung von Musik und Literatur. Zagreb spielt darin wieder eine Hauptrolle. Zagreb ist schön, ich liebe die Stadt sehr, aber sie kann auch seltsam sein. Zagreb hat mindestens zwei Gesichter, wahrscheinlich auch zehn. Zagreb ist jetzt echt, wie sagt man, down. Ein bisschen down, ich denke. Er ist sehr arm geworden. Viele Leute sind ohne Jobs. Meine Vision von Zagreb ist vielleicht am besten vorgestellt von diesem Projekt, das ich gemacht habe. Es heißt Street Fashion Zagreb. Wir nutzen ja nur Leute, die von hinten gemalt waren, weil es auch so designerisch ist. Ich ging rum durch die Stadt mit meiner Kamera und dann habe ich diese Leute bemerkt, die nur so rumstehen. Sie sind dort so wie Gebäude, sie sind so allein und einsam aus, so wie dieser. Für mich ist das unheimlich interessant. Der Blick auf Menschen von hinten öffnet zahlreiche neue Aspekte. Einige Kritiker haben zwar gesagt, dass er nur die Hässlichkeit zeigt, aber es gibt da auch sehr viel Gefühlswärme. Ich will auch Bilder machen, die alt aussehen. Die Motive sind zeitgenössisch, aber die Technik ist alt. Das ist vielleicht etwas, dass eine der letzten Sachen, die ich gemacht habe, ist eine Illustration für eine Zeitschrift, Globus. Die Illustration zeigt die Immigrants aus Syrien, die in Zagreb waren und warten auf den Zug. In Kroatien ist nicht so viele Karikaturisten und so Illustratoren oder irgendwelche Künstler, die die Situation zeigen. So wollte ich auch etwas sowas machen. Ein weiterer Künstler will die Situation zeigen. Metropolis trifft den Theaterregisseur Oliver Vrelitsch. Er hat der Regierung den Kampf angesagt. Oder sie ihm? Wir nähern uns gerade dem Kultusministerium. Wahrscheinlich werden wir beim Drehen Video überwacht. Seit Januar gibt es in Kroatien eine neue nationalkonservative Regierung. Vrelitsch findet ein Ruck nach rechts, wie in Ungarn und Polen. Mit dieser neuen Regierung nimmt alles eine ganz andere Dimension an. Vor allem mit Kulturminister Hasan Begovic und seiner Neigung zum Ustascha-Regime. Dem neuen Kulturminister wird eine Nähe zu faschistischen Organisationen nachgesagt. Und er hat als erstes die Unabhängigkeit der Medien eingeschränkt. Das hier ist der kroatische Rundfunk. Den nationalen Sender hat sich die Regierung als erstes vorgeknöpft. Intendant und Redakteure wurden entlassen. Der Rat der unabhängigen Medien aufgelöst. Kulturinstitutionen sollen als nächstes betroffen sein. Es gibt eine Petition mit fast 5000 Unterschriften gegen den Kulturminister. Oliver Vrelitsch hat sich mit seinen Theaterstücken besonders exponiert. Ich hinterfrage mit meiner Arbeit die jüngste Vergangenheit. Ich beleuchte auch die Kriegsverbrechen, die alle beteiligten Seiten in den Balkankriegen begangen haben. Deswegen bin ich den Anfeindungen der kroatischen Regierung ausgesetzt. Der preisgekrönte Theaterregisseur provoziert. Vor allem seine Trilogie über den kroatischen Faschismus hat hohe Wellen geschlagen. Darin zeigt Vrelitsch Parallelen und Kontinuitäten auf. Von der Nazizeit bis zum Jugoslawienkrieg. Der Protest gegen diese Darstellung ist enorm. Einschüchtern lassen will Vrelitsch sich nicht. Weder von aufgebrachten Demonstranten, noch durch die Beschimpfung der Regierung, er sei ein Nestbeschmutzer. Die Kunst ist für mich ein Mittel, die Gesellschaft zu verändern. Das ist meine Arbeit. Und so mache ich weiter. Man kann Geschichte nicht verändern, aber man kann aus ihr lernen. Das ist einer der Wahlsprüche von Branko Lustig. Sein Markenzeichen ist der Hut. Jeden Tag ist der berühmte Filmproduzent von Schindlers Liste in der Stadt unterwegs. Trifft Leute, trinkt Kaffee. Ich war in Los Angeles 26 Jahre und habe zwei Oscars bekommen. Und viele andere, Emi, BAFTA. Und dann auf einmal, nach 26 Jahren, habe ich gesagt meiner Frau, geh mal nach Hause. Warum? Ich will zu Hause sterben. Dabei ist er quick lebendig. Seit zehn Jahren schon organisiert er in Zagreb das Festival of Tolerance. Ein Filmfestival mit Filmen, die Minderheiten einen Raum geben. Ein Treffpunkt für Macher und Interessierte. Wir haben angefangen ohne nichts, nur in einem Kino. Und langsam, langsam, wir haben einen Kult gemacht davon. Heute heißt er Festival auf Toleranz und Holocaust. Und ich glaube, das ist der einzige Holocaust-Festival in Europa. Wir zeigen nur Holocaust-Filme. Und jetzt haben wir angefangen auch Toleranz-Filme zu sein. Branko Lustig hat die Konzentrationslager Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt. Er und seine Mitarbeiterin führen uns zu seinem wichtigsten Ort in der Stadt, zum Festivalkino. Ich bin tolerant von Auschwitz. Und ohne Toleranz möchte ich nie überleben Auschwitz. Aus der Vergangenheit lernen. Tolerant sein. Mit dieser Botschaft und Filmen im Gepäck reist Lustig das ganze Jahr über durch Kroatien. Hält Vorträge an Schulen. Und Toleranz. Wir leben in einem Land, Kroatien, wo sehr viele Nationalitäten sind. Und wenn ich spreche über Toleranz, ich spreche in den Schulen zu den Kindern und sage ihnen, ihr braucht nicht hassen zwischen euch. Wir sind alle ein Blut. Unter der Haut sind wir alle rot. Und manchmal sehe ich auf den Gesichtern der Kinder, dass sie verstehen. Ein Geheimtipp sind die Konzerte im kroatischen Musikverein. Ein Tipp der deutsch-japanischen Geigerin Susanna Joko Henkel. Sie ist aus München nach Zagreb gezogen. Alle denken immer, dass ich der Liebe wegen nach Zagreb gezogen bin, weil mein Mann Kroat ist. Aber es war eigentlich genau umgekehrt, dass es meine Idee war, vor ungefähr elf Jahren es auszuprobieren, hier zu leben. Und seitdem lebe ich hier und bin sehr, sehr glücklich. Sowas kann man so schwer beschreiben. Genauso wenig wie man beschreiben kann, wieso man sich mit einem Menschen gut versteht. Es ist einfach die Energie, die mir passt, die zu mir passt. Romantisches Intermezzo heißt das Lied von Pavle Desparli. Es lässt eine weitere Seite der Stadt anklingen, die K&K-Überreste der Donaumonarchie. Kaffeehäuser, ein gemächlicher Lebensstil. Auch das ist Zagreb. Eine überbordende Musikvielfalt, Filmfestivals, kritische Theatermacher, was vergessen? Ja, eine Einladung von Andrea Schkade. Gemeinsam mit Freunden organisiert er eine Reihe. Musik und Literatur in Privatwohnungen. Da darf Ona Cebudi zum Abschluss nicht fehlen. Der jugoslawische New Wave-Hit von 1981 hat in zahlreichen Varianten überlebt. In Theaterstücken, Chören. Diese Generation hat ihre eigene Version. Musik und Literatur in der K&K-Übersteuerung. Aktiv. Aktuell. Patrick Zachmann, Magnum-Fotograf. Kürzlich musste er Aufnahmen mit seinem Handy machen. Paris, 13. November 2015. Der erste Schusswechsel zwischen Terroristen und Polizei vor dem Musiksaal Bataclan. Die Stärke dieses Videos ist, dass man die Polizei in voller Aktion sieht. Auch in der Gefahr, den Risiken, die die Polizisten auf sich nehmen. Man macht sich nicht immer klar, dass sie enorm viel riskieren. Ich meine, das sind keine Spezialeinheiten. Die sind erst viel später eingeschritten. Mit professionellem Blick dokumentiert Patrick Zachmann den Einsatz der Polizei. Ich habe ein bisschen gesumt, nicht wirklich kadriert. Naja, ein bisschen. Ich habe versucht, nicht zu ästhetisieren. Ich habe einen Horror vor den Fotografen, die die harten Themen ästhetisieren. Ich mag das nicht. Manchmal schockiert mich das. Trotz fehlender Ausrüstung macht der Magnum-Fotograf an diesem Abend eindrucksvolle Bilder. Mit seinem Smartphone. Es ist komisch. Ich war sehr nah dran an dem Ereignis. Und gleichzeitig habe ich mich sehr weit weg von den Familien, von den Opfern gefühlt. Weil alles drinnen passiert ist. Und danach bin ich jeden Tag wiedergekommen. Eine Woche lang in etwa. Einerseits, um zu dokumentieren. Und andererseits, weil ich es gebraucht habe. Patrick Zachmann, Jahrgang 1955, ist seit über 25 Jahren Mitglied der renommierten Agentur Magnum. Bekannt durch seine ausführlich recherchierten Reportagen, nicht als aktueller Journalist. China, das ist vor allem sein Thema, wie die derzeitige Ausstellung im Pariser Haus der Fotografie zeigt. Und überraschend erfährt man hier, dass er schon einmal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. An dem Tag, als ich angekommen bin, hat mich das Taxi vor dem Hotel Peking abgesetzt. Nicht weit vom Tiananmen-Platz. Ich stelle meine Koffer ab und dann sehe ich ein Stück weiter kleine Ansammlungen. Und wenn man China kennt, dann weiß man, dass das nicht normal ist. Das ist verboten. Tatsächlich fing da die Bewegung an, die man den Pekinger Frühling nennt. Zufall oder nicht. Es ist am Anfang jeweils Zachmanns Neugier, die ihn in die Abenteuer treibt. Manchmal genügt ihm die Fotografie als Medium nicht. Ihre Mittel sind für ihn begrenzt. Nach mehreren Videoarbeiten arbeitet er jetzt an einem Kinofilm, eine Spurensuche in China, mit autobiografischen Elementen. Stück für Stück habe ich die Verbindung zwischen ihnen und mir gefunden. Ich bin Jude. Meine Familie wurde während des Krieges verfolgt, wie sie verfolgt wurden. Das sind zwei sehr reiche Kulturen, tausendjährig, mit diesem Widerspruch zwischen dem Reichtum einer Vergangenheit und dem Gewicht der Vergangenheit. Fotograf ist Patrick Zachmann geworden, weil er kein Gedächtnis hat, wie er sagt. Er braucht die Bilder, um sich erinnern zu können. Am wichtigsten sind ihm Bilder folgen, die Geschichten erzählen. In Ereignisberichterstattung will er sich nicht hineinziehen lassen, wie etwa nach den jüngsten Anschlägen von Brüssel. Magnum hat mich sofort angerufen, gleich am Morgen. Ich habe gesagt, nein, nein, ich fahre da nicht hin. Die Zufälle sollen Zufälle bleiben, seien sie noch so beeindruckend. Das sagt auch viel über das System der Medien. Manchmal arbeite ich Jahre an einem Thema und die Presse interessiert sich nicht dafür. Und jetzt plötzlich? Alle amerikanischen Sender, japanische, selbst russische, wollen mein Video und wollen mich interviewen. Für mich ist das schon komisch. Fotojournalismus und Dokumentarfotografie sind eben zwei verschiedene Dinge. In Zeiten terroristischer Bedrohung vielleicht noch mehr als sonst. Kunst, ah. Und nun ein Sprung ins kalte Wasser. Für die Kunst. Man braucht eine Taucherausrüstung, um sich diese Skulpturen in 14 Meter Tiefe anschauen zu können. Das spektakuläre Unterwassermuseum des britischen Künstlers Jason DeCairis Taylor vor der Kanareninsel Lanzarote. Der Künstler versenkt sogar ein Schlauchboot mit Flüchtlingen aus Zement. Seit Jahren sterben Menschen beim Versuch, mit solchen Booten Europa zu erreichen. Die Installation Floß von Lampedusa verstört. Im Hafen von Playa Blanca. Das Büro des Museo Atlantico. Direkt daneben befindet sich das Atelier des Künstlers. Er weist die Skulptur mit den Flüchtlingen auf dem Meeresgrund provoziert. Die Flüchtlingskrise konzentriert sich derzeit sehr auf Syrien. Aber die Kanarischen Inseln waren über viele Jahre die erste Anlaufstelle nach Europa. Eine Menge dieser Schlauchboote wurden hier 10, 15 Jahre lang an die Strände gespült. Für die Skulptur standen Flüchtlinge Modell, die die lebensgefährliche Reise nach Europa selbst unternommen haben. Jemanden zu finden, der für das Floß von Lampedusa Modell stand, war nicht einfach. Ich wollte Menschen, die die Überfahrt auf die Kanaren tatsächlich gemacht hatten. Ein Afrikaner, er heisst Abdel, war einer von ihnen. Er lebt jetzt in Costa Teguise im Norden der Insel und hatte eine sehr gefährliche Überfahrt. Sein Boot füllte sich mit Wasser und es reichte ihm bereits bis zur Taille. Das wäre beinahe tragisch geendet, aber er wurde von der Küstenwache gerettet. Mit solchen lebensgroßen Skulpturen schuf Jason de Kyrus Taylor vor 10 Jahren in der Karibik seinen ersten Unterwasserskulpturenpark. Für die Skulpturen nehme ich immer echte Menschen als Modell. Wir nehmen von ihnen Gips- und Alginatabdrücke und daraus stellen wir Silikonformen her. Dann wiederholen wir diesen Prozess und gießen das mit einem speziellen Zement. Die anfangs skeptischen Inselbewohner stehen ihm mittlerweile bereitwillig Modell. Die natürlichen Veränderungen seiner Skulpturen unter Wasser sind Teil des künstlerischen Konzepts. Durchaus mit ökologischem Sinn, denn seine Arbeiten in der Karibik sind mittlerweile eine so große Attraktion, dass deutlich weniger Taucher die empfindlichen natürlichen Riffe besuchen. Die Tourismusbranche auf Lanzarote erhofft sich mit dem Museo Atlantico eine neue Attraktion. 700.000 Euro hat man sich das Unterwassermuseum kosten lassen. Seit Ende Februar kann man hinabtauchen, aber noch bis Ende des Jahres werden weitere Skulpturen im Meer versenkt. Es werden letztendlich zehn Installationen sein, die über die ganze Museumsfläche verteilt sind. Man kann eine Tour zwischen ihnen machen. Am Ende werden es etwa 300 Statuen sein. Mit dem Motorboot geht es zehn Minuten von Playa Blanca zu der Stelle, an der sich das Museum befindet. Das Museum ist genau dort. Es ist mit roten Bojen gekennzeichnet. Die kleinen Bojen zeigen an, wo sich die Statuen befinden, und die großen Bojen sind die Anlegestellen für die Boote. Der ungewöhnliche Eintritt in ein ungewöhnliches Museum mit Lanzarotes Kakteen und einer riesigen Menschenmenge, die zielstrebig voranschreitet. Durch den Algenbewuchs verwandeln sich die Zementskulpturen und werden Teil des Unterwasser-Ökosystems. Und die Skulptur mit den versenkten Flüchtlingen? Ist das nur eine Provokation? Ich möchte es als kollektive Erinnerung sehen, für eine Verantwortung, die wir alle haben. Die Flüchtlingskrise ist ein schwieriges Problem und es gibt keine einfachen Antworten darauf. Wir sollten begreifen, dass wir Teil dieses Problems sind. Es spielt sich nicht vor einer fremden Tür ab. Es liegt an uns allen, eine Lösung zu finden. Das Floß von Lampedusa ist eine eindringliche Mahnung. Dass Europa eine gemeinsame Verantwortung hat, das tägliche Sterben an seinen Grenzen zu beenden. Musik kann mehr sagen als Worte. Wer kann sich diesem Bann entziehen? Maria Joao, Stimmvirtuosin aus Portugal, verblüfft Jazzfans weltweit. Mühelos klettert sie über mehrere Oktaven. Vom afrikanischen Marktweib zur Koloraturartistin. Energie, Freiheit, Entdeckung. Darum dreht sich alles in meiner Musik. Das Abenteuer der Begegnungen mit anderen Musikern, wie wir zusammenkommen, wie wir kommunizieren, das ist das Schönste dabei. Aktuell ist Maria Joao in mehreren Formationen zu erleben. Elementar. Mein Instrument ist der Atem, die Luft, wie viel ich davon rauslasse. Treffpunkt Qashqash, unweit von Lissabon, wo sich der Atlantik öffnet. Hier lebt Maria Joao, ihr Heimathafen. Wenn die Untriebige nicht gerade auf Tour ist oder neue Alben einspielt. In Deutschland, Frankreich, Portugal und Brasilien. Meine Inspiration finde ich überall, im Hässlichen und in der Schönheit. Melodie, Rhythmus, auch Sprechen ist Musik. Hör mal. Wenn du merkst, dass überall Musik ist, dann bist du frei, offen. Alles wird möglich. Von der Weite des Meeres inspiriert ist Joao's Duo mit dem brasilianischen Gitarristen Ginga. Ihr gemeinsames Album gefeiert. Maraforre, so der Titel. In dieser Musik steckt die ganze Weite des Atlantiks. Deshalb Maraforre. Eine Herausforderung für mich. Keine Improvisation diesmal, sondern totale Konzentration. In dieser Musik. Sabia, vai di Zahela, todo meu penach, vai di Zahela, que eu fico a esperar, sabiach. Abjazzen. Mit und gegen die 30 Bläser vom Upper Austrian Jazz Orchestra aus Linz. Das kann die Joao auch. Erst dachte ich, Himmel, die sind so laut, mir klingen die Ohren. Aber dann fand ich meinen Platz unter ihnen und einen Weg, zusammenzuspielen. Wie kann ich mit ihnen spielen? Die sind klasse. Wir passen zusammen. Wirklich. Ich und diese Big Band. Big Band. Ob Duo oder Big Band, ich liebe es. Und auch das Sinfonieorchester. Das hat alles jeweils ganz andere Farben. Es sind verschiedene Aspekte und Möglichkeiten, Musik zu machen. Aspects of the music. Different possibilities of making music. Und das ist Joao's Formation zu Hause in Lissabon. Ogre. Ein Trio. Im April bei uns auf Tour zu erleben. Ogre nutzt Synthesizer, Laptops, Electronics und... Maria scratched. Elektronische Musik ist ein ganz neues Kapitel für die Künstlerin, die sich mit fast 60 noch lange nicht auf ihren Erfolgen ausruhen will. Ich bin ein Glückspilz, dass ich diese Musiker gefunden habe. Gerade jetzt in meinem Alter. Sie sind jung, die nächste Generation. Und sie bringen neue Ansätze ins Spiel. Das reißt mich mit. Plastiko heißt das aktuelle Album von Ogre. Tanzbau. Für mich ist Musik machen alles. Die ganze Welt. Mit allen Farben. Drei Oktaven. Dazu Musiker, die erden. Jazz ab. Der Frühling kann kommen. Und jetzt geht es nach Berlin, um eine wirklich große Fotografin aus der Versenkung zu holen. Eine Ausstellung im Martin-Gropius-Bau. Lee Miller und ihre Fotos. Emanzipiert, freiheitsliebend und radikal. Jahrgang 1907. Gebürtige Amerikanerin. Fotografiert von Man Ray. Schön wie eine griechische Göttin. Miller war Fotomodell, Modefotografin, Surrealistin. In Paris mit Man Ray liiert und während des Zweiten Weltkriegs als Kriegsfotografin bei den Alliierten akkreditiert. Am 30. April 1945 fotografierte sie die Befreiung des deutschen Konzentrationslagers Dachau. Und noch am gleichen Abend, Adolf Hitler beging feige Selbstmord in Berlin, gelang ihr in München ein atemberaubender Coup. Ein Bad in Hitlers Badewanne. Das Foto ging um die Welt. Lee Miller dagegen tauchte ab. In der Lee Miller Ausstellung im Berliner Martin-Gropius-Bau fragt man sich unweigerlich, wie geht das zusammen? Man Ray's Glamour Girl, Pariser Kunstwelt und Kriegsreporterin. Und warum rutschte Lee Miller aus dem Radar der Öffentlichkeit? Um das herauszufinden, sind wir in das ländliche England gereist, nach Chiddingley Sussex, zum Fairley Farmhouse, wo Lee Miller nach Kriegsende lebte. Dort treffen wir Anthony Penrose, ihren Sohn. Zwei Jahre nach Kriegsende geboren. Er leitet hier das Lee Miller Archiv. Ich wusste absolut nichts über die Karriere meiner Mutter. Sie hat nie ein Wort darüber verloren. Sie erzählte zwar, dass sie mit Man Ray in Paris war, aber über die Kriegsjahre nichts. Insofern staunte ich nicht schlecht, als ich ihre Negative und Notizen fand und anfing, alles zu sichten. Das Farley Farmhouse. Ein zauberhaft verwunschener Ort. Surrealistische Kunstwerke, wohin man schaut. Lee Miller wohnte hier seit 1947 mit dem britischen Surrealisten Robert Penrose zusammen. Und Sohn Anthony erlebte zahlreiche Künstlerbesucher. Auch Picasso hinterließ seine Spuren. Versteckt auf dem Dachboden fand Anthony 60.000 Negative. Dazu Millers Notizen, Jahre nach dem Tod seiner Mutter. In den ersten 20 Jahren meines Lebens habe ich Lee Miller nur als Alkoholikerin erlebt. Als Kind war es schwierig für mich, eine tragfähige Beziehung zu ihr aufzubauen. Erst als ich ihre Kriegsfotos fand, fing ich an, sie zu verstehen. Kriegstrauma, davon verstand man noch nichts. Es gab nicht einmal ein Wort dafür. Den Gestank von Dachau habe sie nie wieder aus der Nase bekommen, erzählte Miller einer Journalistin kurz vor ihrem Tod 1977. Tausende ihrer Fotos zeigen das Grauen, das sie sah. Fotos von Nazi-Opfern und Nazi-Tätern. Miller schaute hin. Schonungslos. Auch ihr Badewannenfoto fand Anthony auf den Kontaktbögen. Sie zeigen Millers kluge Inszenierung und den Zusammenhang. Miller war mit David Sherman vom Live-Magazin in Hitlers Wohnung. Beide nahmen ein Bad. Nur Hitler hatte damals noch Kohlen im Ofen. Es ist bemerkenswert, wie sie ihren surrealistischen Blick als Kriegsfotografin einsetzt. Denn Miller inszenierte das Wesentliche. Hitlers Badematte mit dem KZ-Schmutz ihrer Schuhe. Links sein Porträt, rechts Nazi-Kitsch. Und mit gleicher Entschiedenheit inszeniert sie sich auch im Bett von Eva Braun, in letzter Minute Hitlers Frau. Komisch, obwohl ein sehnsüchtig erwarteter Tod, notiert sie dazu. Immer die Absurdität im Blick. Ein jüdischer US-Sergeant, mein Kampf lesend, in Hitlers Bett. Und auch hier, zwei Kollegen, wie sie den Suizid des Leipziger Nazi-Bürgermeisters dokumentieren. Um Lee Miller und ihre Fotografien zu verstehen, muss man sie als Surrealistin begreifen. Ihre Jahre in Paris waren prägend für ihr weiteres Leben und sie haben ihr Schaffen nachhaltig gefärbt. Lee Miller als Fotografin vor dem Krieg. Intellektuell und ästhetisch eine Pionierin ihrer Zeit. Als Künstlerin und als Persönlichkeit. Sie sah das Besondere im Alltäglichen, schaute unter die Oberfläche. Und wie alle Surrealisten war sie immer sehr politisch. Sie stand ein für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Deshalb war der Zweite Weltkrieg von so großer Bedeutung für sie. Sie fehlte. Ihre Stimme in der Geschichte. Sie, die so viel gesehen hatte, so viel wagte. Mut bewies. Eine starke künstlerische Vision vorantrieb. Wie so viele ihrer Generationen konnte sie das Grauen und die Desillusionierung im Zweiten Weltkrieg nicht verkraften. Versank in Schweigen, in Depressionen. Es ist ihrem Sohn Anthony Penrose zu verdanken, dass wir heute von der Leistung Lee Millers erfahren. Von dem geistigen Reichtum der surrealistischen Weltanschauung, ihrer menschlichen und politischen Haltung. Und von einem Sohn, der die Überlebensstrategie seiner schwierigen Mutter schließlich begriffen hat. Sie mag zunächst nur, wie eine schöne Frau in schönen Gewändern gewirkt haben. Aber sie hatte dabei immer die Strategie, diese Erfahrungen zu nutzen und dann eine eigenständige Fotografin zu werden. Und das ist ihr gelungen. Noch bis zum 19. Juni im Martin-Gropius-Bau Berlin. Lee Miller, eine Pionierin der Fotografie. Architektur. Die Skulpturen von einem der teuersten Bildhauer Deutschlands. Mehr als die Hälfte Behälter für sich. Doch wohin damit, wenn es immer mehr werden? Der Lebenstraum des Düsseldorfer Bildhauers Thomas Schütte geht in Erfüllung. Ein eigenes Museum. Das Ufo auf dem Kahlenacker hat auch die passende Adresse. Raketenstation Hombruch. So, mal reingehen. Aber fast genauso wichtig ist der riesige Museumskeller. Hier kann Schütte seine bis zu sechs Meter großen Werke endlich zusammenhalten. Der Auslöser war eigentlich vor zehn Jahren so. Nach der hundertsten Ausstellung und immer wie so ein Musiker und die Koffer auf Rädern und alles auf Rädern und da rein, da raus, eine Messe hier, eine Messe da, da eine Drei-Tages-Auktion. Das ist irgendwann total ermüdend und das macht keinen Spaß. Schütte ist einer der gefragtesten und auch teuersten deutschen Künstler. Seine monumentalen Skulpturen werden weltweit ausgestellt und auch fest installiert. Aber nicht nur sein Schaustellerleben nervte ihn, sondern auch der Kunstmarkt. Als er spürte, dass es keinen Wert mehr hat, dem Geld hinterherzurennen, entschied er sich, einen großen Teil seiner eigenen Produktion zu behalten. Jetzt hat er seiner Sammlung von eigenen Kunstwerken eine neue Heimat gebaut. Als ich merkte, dass meine Kunsthändlerin mit dem iPhone in der Werkstatt das Ding fotografiert und auf der Rückbank von meinem Auto das per E-Mail verscheuert, dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, ich will das nicht mehr. Das ist ein Sport, so ein bisschen wie Fußballer. Ein Schweinsteiger kostet so viel wie ein schlechter Picasso. Hier entstehen viele Werke von Thomas Schütte. Die Kunstgießerei Kaiser in Düsseldorf. Gerade wird eine neue Skulptur montiert. Hund. Diese Jungs arbeiten ausschließlich für Schütte. Chef Rolf Kaiser kennt Schüttes Arbeitsweise, seit er hier in der Lehre war. Er bringt meistens kleine Modelle und die werden dann vergrößert. Da haben wir auch Handwerker dafür, spezielle Leute, die machen die Vergrößerung. Früher hat man das noch richtig gemessen und dann mit Eisengestellen und Drahtgestellen hochgezogen. Heute nimmt man die neue Technik, 3D-Scans. Thomas Schütte ist kein Jeff Kuhn, der nur machen lässt. Schütte hat bei Kaisers einen eigenen Spind und einen Blaumann. Nur so kann er sicher sein, dass zum Beispiel eine Skulptur wie Vater Staat im richtigen Maße an einen gewissen hochrangigen CDU-Politiker, Wolfgang Schäuble, erinnert. Wenn es soweit ist, kommt er dann selbst und modelliert dann selbst weiter. Gesichter, bestimmte Ausdrücke können wir nicht. Sonst wäre es ja ein Kaiser. Schütte. Solche kleinen Modelle aus der Kinderknete Fimo und Stofffetzen sind oft der Ausgangspunkt für tonnenschwere Plastiken. Wie diese aus der Serie United Enemies – Vereinte Feinde. Die Arbeit von Thomas Schütte besteht aber nicht nur aus solchen Gruselfiguren. Viele seiner Werke sind architektonische Modelle für Fantasiegebäude. Auch die Skulpturen Halle in Hombruch fing als einfache Skizze an. Aber es wurde auch alles ausprobiert. Der Anfang war ja auch mein eckiger Raum. Ja, am Anfang, aber dafür war das Nachwohnen. Es war eine Streichholtzschachtel mit einem Pringelchip obendrauf. Das war das Urmodell. Und fast alle Lösungen sind gebastelt und dann zu den Architekten getragen morgens. Und abends wusste man, ja, können wir uns nicht leisten. Funktioniert nicht oder geht dann doch. In den letzten Jahren sind viele seiner Modelle realisiert worden. In Österreich steht jetzt das Ferienhaus für Terroristen. Und auch Ackermanns Tempel wurde gebaut. Lange Zeit wusste Schütte nicht, wie er den Sprung vom Modell zum real existierenden Gebäude schaffen sollte. Bis ich auf die Idee kam, den Sammlern zu sagen, ihr müsst das jetzt nicht kaufen, die große Skulptur. Hier ist ein Pappmodell und nächstes Jahr komme ich wieder und könnt ihr bauen. Und ich mache es umsonst. Ich berechne nichts. Schnitzel und Hotel und Flug noch nicht mal. Und da sind einige Leute drauf eingestiegen und so sind die Dinge in die Welt gekommen. Bauleiter Thomas Schütte. Und jetzt die Krönung, sein eigenes Museum. Ein Pringelchip-Dach auf einer perfekten Ellipse. Jetzt wird es eröffnet mit einer Ausstellung des 2003 verstorbenen Bildhauers Mario Merz. Und jetzt, wo alles steht, kann Thomas Schütte unter der Halle im Keller endlich seine Sachen ordnen. Ordnung macht unheimlich Spaß. So Listen und Rechnungen und Konzepte. Wenn es unter, wenn es nur zwei Stunden in der Woche sind. Wenn das jeden Tag acht Stunden sind, dann würde ich das nicht machen. Aber schlafen ist das Beste, was man machen kann. Wirklich? Wenn Sie nicht schlafen wollen, surfen Sie auf unserer Internetseite. Und das war's schon wieder für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Frühling. Nächste Woche reisen wir nach Zypern.